So, da wird ein Bett reingelegt. Platten haben wir noch keine produziert leider, kommt vielleicht noch. 5 Dollar im Shop verdient, krass. Warte mal, Open Door. Wölfe greifen an, my lord! Lock Open, da können sie immer wieder rein und raus. Das beschleunigt das alles, da müssen die Polizisten das nicht immer jedes Mal aufmachen. Der ist neu, glaube ich. Da habe ich schon wieder vergessen. Naja. So, der Psychologe ist bestimmt glücklich mit seinem neuen Büro, das andere ist außer Betrieb. Vielleicht brauchen wir das ja noch, ich weiß gar nicht. Ob wir da noch irgendwas erforschen können. Hm, das wäre natürlich auch cool. Ah ja, dann machen wir mal das. Das ist billig, geht schnell, warum nicht? Womit sind die Walkmans beschäftigt? Achso, klar, mit dem Zaun. Äh, er will sich auch so gut. Da gibt es keine Türen mehr. Schon doof. So. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Wir setzen aber mal direkt zur Sicherheit rechtzeitig noch einen Kondensator hin. Ja, haben Zigaretten gefunden. Ich glaube in irgendeiner Kiste. Hat versucht jemand reinzuschmuggeln. Naja, gespruggelt wird ja sowieso ohne Ende. Das kann man nicht verhindern. In Isolationshaft ist übrigens niemand im Moment. Das ist schon krass. Oh Gott, das scheint überhaupt nicht funktioniert zu haben mit dem Krugbild. Hm. Naja. Vielleicht später. Gucken wir dann gleich mal. So, die wollen rein. Los geht's. Ach, ja. Da hast du Zigaretten gehabt. Das geht aber nicht. Schon wieder Zigaretten. Naja, die Hunde toppen euch. Ja, die haben noch nicht alle Räume bestellt. Ich glaube oben haben sie noch gar nichts bestellt. Aber sehr schön. Wird alles gebaut. Gut. Dann können wir uns ja schon mal den nächsten Raum planen, den wir brauchen. Hm. Na, da brauchen wir nicht unbedingt. Ha, ein Postraum. Könnte man sich ja auch mal aneignen. Das wäre ja eigentlich nicht so verkehrt. Wo würde ich den denn noch hin? 5x5. Bibliothek können wir uns noch sparen, weil keiner den höheren Education-Test bestanden hat. Es gibt ja auch noch keiner, der den Grundtest bestanden hat. Darum kann keiner den höheren Test bestehen. Das können wir ja hier auch sehen. Okay. Die Frage ist... Ja, erstmal unsere Gruppe. Die ist nicht 10 von 30. Das ist echt eine schlechte Quote. Okay, die ist noch schlechter. Das hat noch nicht begonnen. Das ist okay. Das finde ich super. Die sind noch nicht fertig. Na gut. Also das... Äh... Ausbildungsprogramm ist noch zu frisch. Keine Resultate bis jetzt. Kommt dann noch. Ja. Kriegt ihr das bis zum morgen fertig. Das wäre super. Das wäre wirklich richtig super. Oh, wir kriegen gleich unsere Investition zurück. Dann kriegen wir nochmal 16.000. Dann sind wir wieder über 100. Sehr gut. Äh... Und wir können einen weiteren Zuschuss beantragen. Ich weiß gar nicht, was wir da noch beantragen können. Gucken wir gleich mal. 50 Minuten. In-Game Minuten. Wohlgemerkt. Wohlgemerkt. Also recht schnell um. Jetzt sind sogar noch 10. Okay. Ja. Das können wir immer noch auf schnell belassen. Okay. Wir haben nur noch einen. Und das ist unsere Quest. Dann können wir den auch wegnehmen. Kriegen wir nochmal 10.000 dazu. Okay. Kann man machen. Ja. Da wir so wenig Worker haben, dauert das alles ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Weil sonst hätten sie nie was zu tun. Außer wenn wir jetzt mal so größere Projekte wie baut man einen neuen Zellenblock beantragen. Genau. Ist schon ganz gut so. So. Hier das haben wir jetzt. Genau. Dann bauen wir jetzt Sniper. Immer gut. Nicht um Gefangene zu erschießen, sondern nur um sie zum Aufgeben zu bringen. Das geht dann nämlich recht schnell mit Scharfschützen. Stimmt. Wir müssen da gar nicht 100.000. Äh. 100.000. Ja. 100.000. 100 Gefangene haben, sondern nur eine Kapazität von 100 Gefangenen. Und das haben wir ja schon fast erreicht. 16 Leute, die auf Bewährung warten. Ich muss sagen, zu all den anderen Leveln, die ich gespielt habe, läuft es in diesem Gefängnis sogar richtig gut. Und weil ich das jetzt gesagt habe, werde ich das wahrscheinlich gleich bereuen. Aber. Trotzdem. Es läuft richtig gut. Muss ich sagen. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Rohre, die aus ominösen Gründen verschwunden sind, wieder befüllen. Und hier sind einfach Duschköpfe verschwunden. Hier. 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 Und hier. Das ist doof. Es sind einige Duschköpfe verschwunden, wie ich gerade sehe. Wahrscheinlich insgesamt noch 5 weitere, ne? Weil ich habe 5 gekauft, aber nicht eingesetzt. Ja. Weil sie einfach weg waren. Das ist natürlich recht sonderbar. Hochsicherheitstrakt. Wobei, doch nicht. Hochsicherheitstrakt. Sicherer. Wenn man den, ähm, eingeschlossen und nicht den direkt am Zaun nimmt, weil, naja, die wollen nicht unbedingt hier sein. Die anderen sagen vielleicht noch okay. Wir sind bald wieder auf. Ja. So. Alles klar. Ansonsten sieht noch ganz gut aus. Ach, der Williams. Ja, den kennen wir, ja. Den kennen wir, ja. Den kennen wir, ja. Da ist schon ein paar Platten gebaut worden. Ne, keine einzige Platte. Ne. Das waren nur Gefangene, die Essen bekommen. So, jetzt haben wir 87. Ja, wie geplant, es fehlen noch 13. Ach, hm. Sollen wir uns dann noch ein bisschen mehr Platz holen? Wie machen wir das denn jetzt? Wie ist denn hier die Konzentration? 35% noch. Ach. Och. Okay. Gucke ich halt hier nach. Ist der jetzt schon fertig damit, oder? Äh, wo ist es denn? Ich hab's wieder übersehen. Okay. Ist nicht fällig. Definitiv, definitiv nicht. So. Wir kriegen bald wieder 5 Gefangene. Ja. Äh. Bewährungsgespräche waren diesmal keine. Die gehalten wurden. Ich überlege gerade, wo ich noch 13 Zellen hinsetzen kann. Das sieht aber auch ein bisschen komisch aus hier. Ach. Naja, egal. Das hab ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber... Naja, macht ja auch nichts, wenn's jetzt so ist. Hier könnte man noch Zellen hinsetzen. Das sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, aber... Könnte man machen. Irgendwas ist da gerade weggegangen. Ich hab's leider nicht gesehen. Egal. Wird schon nichts wichtiges sein. Quick Build. Gehen wir mal hier drüber. Die könnten wir tatsächlich dann hier hinsetzen. So... Können wir noch ein paar Zellen bauen. Zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich meine, warum nicht? Jetzt bauen wir da natürlich noch Gebäude draus. Das ist, glaub ich, alles in Brick. Der Quick Build. Dann machen wir da auch in Brick. So. Passt schon. Dann haben wir unsere Worker auch wieder was zu tun. Ja. Wie man sieht. Das ist schon ganz gut so. Klauter, Klamotten? Ne, die werden angeliefert. Achso. So. Dann haben wir da noch ein paar Zellen. Wir haben ja, äh, keine Wärme. Die, ähm, beachtet werden muss, eingebaut. Da müssen wir beachten. Also das geht auch tatsächlich inzwischen. Da muss man immer darauf achten, dass der Gefangene noch warm genug ist. Weil sonst schlecht. Wie alle am Erfrieren sind. Kommt nicht so gut. Die Medien. Doch bei den Angehörigen. Na, eigentlich gar kein. Auch bei den Gefangenen selber nicht. Die werden da schnell sauer und randalieren. So. Ja, ich hab jetzt die Duschen direkt mit da eingebaut. Weil, ähm, geht schneller. Dann haben wir auch immer genug Duschen. Und man hat keine Gemeinschaftsdusche. Vielleicht ist das ganz gut im Gefängnis. Dann gibt's keine Gerüchte nach fallen gelassenen Seifen. So. Dann haben wir da ein paar Zellen. Dann müssen wir noch irgendwo anders ein paar Zellen hinquetschen. Und schon haben wir die 100 erreicht. Sehr schön. Und in einer Stunde kommen auch schon 5 neue.